So Leute, was geht ab? Mein Name ist, naja, ich denke mal, ihr wisst ihr alle, wer ich bin. Viele von euch haben sich ja MB3 gewünscht, deswegen gibt es das heute mal für euch sogar hier live. Okay, wenn ich auch verkacke. Naja, trotzdem, ich versuche wirklich mal mein Bestes. Vielleicht gewinnen wir die nächste Runde sogar, auch wenn die Gegner über abfucken. Aber naja, ich probiere es einfach mal, ja? Hey, dieser WTR, Mann! Ich habe ihn gemessert, ich habe ihn gemessert, diese dreckige... Nö, bei Heinrich raus. Fängt ja schon mal gut an. Na, zumindest werden sich viele fragen, warum ist Charlie verflucht? Und was hat das Ganze mit seinen roten Haaren zu tun? Naja, eigentlich gar nichts. Ich join hier rein, es ist EMP, auch nicht schlecht. Na, viele von euch haben mich ja gefragt, ob ich irgendwie auch mal Livestreamen könnte. Und ich hätte da auch über Bock drauf. Und es ist extrem chillig, eigentlich einfach nur mal kurz Livestream anmachen werden. Man zockt mit ein paar Kollegen und so, ist eigentlich ganz interessant so. Also, ich persönlich gucke jetzt nicht so viele Livestreams, aber irgendwie von ein paar Kollegen. Ab und an gucke ich mal vorbei hier vom Sozial-Rosco oder von Haze ab und an mal. Und ja, die sind eigentlich relativ chillig, deswegen hätte ich da auch über Bock mal drauf. Aber, viele von euch werden wissen, dass ich eine 5000er-Leitung habe momentan. Und damit geht einfach gar nichts. Ich kann damit nicht mal richtig connecten. Wie ihr seht, ich habe ab und an auch einfach mal One Bar. Ich habe sogar One Bar, wenn mein Bruder irgendwie mal kurz mit dem Handy im WLAN ist. Es fuckt einfach über ab. Na, den da hinten habe ich doch... Äh, 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 äh. Nö, verpiss dich. Ey, komm, als ob der nicht getet hat. Jetzt läuft der weg. Auf jeden Fall haben wir natürlich schon mal beim Anbieter gefragt, ob wir das irgendwie verbessern können. Und ja, er meinte dann so, ja, für scheiße viel Geld. Darauf hatten wir natürlich keinen Bock. Und nun ja, das war es dann ungefähr mit der Konversation. Jetzt vor ein paar Wochen kam allerdings ein Angebot rein, wo sie gesagt haben, Jo, wir machen euch ein Angebot. Wie wäre es? Wir verlegen euch Glasfaser. Es gab die Zeit in unserem Einzugsgebiet da mit drin. Und da könnt ihr dann easy für wenig Geld halt diese Glasfaserleitung bekommen. Mit 100k alles möglich, alles machbar. Du Kachbar. Wir haben natürlich alles ausgefüllt. Und ja, so ein auf Let's Go. Hau rein das Ding. Warum auch immer der da hinten gerade gestorben ist. Wir sind sogar zusammen Beratungsviech da hingegangen. Da hat er gesagt, ja, da können wir das anschließen. Da und da geht das denn. Für das Haus, für das Haus und das und das und was weiß ich nicht alles, ja. Ups. Oh mein Gott, was macht er denn da hinten kommen? Gib ihm. Na, ha, ha. Boom. Na, okay, dann nicht. Ich mich natürlich schon übergefreut. Der Typ hat gesagt, jo, das geht klar. Alles easy. Hauen wir euch da rein. Wir haben dieses Formular da einfach abgeschickt und alles. Und zwei Wochen später bekommen wir dann einfach Post. Jo, Jungs. Mit so einer ganz kurzen Nachricht einfach so, jo, Jungs. Ihr seid doch nicht mehr im Einsatzhofsgebiet. Ihr könnt euch verpissen, ihr Hohensöhne. So, ein auf den so. Die haben dann einfach mal gesagt, ja, nö, ist nicht. Doch, ähm, verarscht. Trollt, Alter. Was zum Fick, Junge. Was, ey, das fuckt mich immer noch so ab, ne? Jetzt muss ich hier weiter mit meiner fünf verfickten Tausenderleitung rumhängen. Mit einem 05er fucking Upload. Wisst ihr, wie verfickt lang ist, dort ein verschissenes YouTube-Video hochzuladen? Und am Ende bekommt das von euch dummen Pisser nicht mal 100 Likes oder was? Okay, das war untertrieben. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Das war's, gell? Auf jeden Fall dachte ich auch nur, was zum Fick ist denn mit euch los, Alter? Warum, warum, warum haben die das denn überhaupt in unseren Briefkasten geschmissen? Sind die behindert? Auf jeden Fall kann ich mir die gute Leitung jetzt erstmal wieder abschminken. Auch nicht schlecht. Spielen wir mal mit dieser L-leckt mich am Arsch 118a. Nice, Alter, wer legt sich denn? Ey, alles klar. Nee, komm, nee. M-m, 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 komm schon. Ach, komm, wieso denn? Nein, Mann. Ey, yo, bitch, ich hab keine fucking Time. Es sei denn, es ist fucking Time. Übrigens, während ihr dieses ganze Video jetzt hier gerade seht, werde ich wahrscheinlich jetzt auf der Gamescom rumlaufen. Also, falls ihr den rothaarigen großen Typen im OX-Trikot seht, das müsste ich sein. Ey, Jungs, wir gewinnen das Ding ja gerade. Oh mein Gott, das hat, Alter, das hab ich gar nicht bemerkt. Stay Focused 94, 1 vs. 1. Wer macht denn 2015, vier Jahre nachdem dieses Call of Duty rausgekommen ist, noch 1 vs. 1 in Modern Warfare 3? Darin seht ihr mal, wie viele Retards hier rumlaufen, ne? Retards und Hacker. Ich liebe dieses Spiel trotzdem. Hat er nicht gemacht. Na, wie gesagt, ich werde Freitag, Samstag, oh, fuck it, Alter. Und Sonntag, aber das hab ich jetzt gesagt, Freitag, Samstag, Sonntag, ja, 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 auf der Gamescom sein. Sonntag, falls ihr an CSGO interessiert, seit Sonntag um 9.30 Uhr spielt unser CSGO-Team in Halbfinale der ESL irgendwas. Ist auf jeden Fall ziemlich heftig. Und die Spieler sind eh die krankesten Bastarde in CSGO. Deswegen schaut da mal vorbei, falls ihr an CSGO interessiert seid. Ich weiß nicht, welche Bühne oder so. Ansonsten liked einfach mal UX Gaming CSGO und dann seid ihr auf jeden Fall immer auf dem Laufenden. Ich bin da auf jeden Fall auch da, beziehungsweise ich versuch da zu sein und den Jungs zuzuschauen. Denn das ist auch das erste Mal, dass ich hier mal so ein Pro-Gaming-Match live sehen kann, ja? Alles klar! Nein, wir verlieren das nicht. Nein! Oh Mann! Oh, ey, auch noch der! Na ja, wie der Machist, ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen und wenn ihr keine 100 Likes auf dieses Video macht, schließt sich meinen Kanal, wie immer. Nein, Spaß, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns auf der Gamescom. Tschüss, baby! Tschüss, baby! Untertitelung des ZDF, 2020